Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Vielleicht wundert ihr euch einmal, weil es ein bisschen dunkel ist und einmal, weil hier nicht mal mein Bastelwerk liegt, sondern eine Art Computer oder Tablet. Denn ich möchte euch heute mal zeigen, wie man im Online-Shop bestellt, wie das Ganze funktioniert. Und das Video ist natürlich zum einen für meine Kunden, denen ich gerne helfen möchte, wenn sie zum ersten Mal im Online-Shop bestellen. Oder für jeden Neukunden natürlich, wenn er das einfach noch nie gemacht hat. Oder natürlich auch für jeden, der einen anderen Demonstrator hat und über einen anderen Demonstrator bestellt, kann er natürlich auch hier gerne zuschauen und sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie ihr bei mir bestellen könnt als Demonstrator, also über Babsis Bastelwerkstatt. Oder eben auch, wie ihr über einen anderen Demonstrator bestellen könnt. Als erstes zeige ich euch mal die einfachste Möglichkeit. Und zwar ist es ganz einfach, wenn ihr auf www.babsis-bastelwerkstatt.de klickt, kommt ihr auf meine Webseite. Das ist jetzt natürlich der Punkt, wie ihr über mich bestellen könnt. Ihr könnt es natürlich auch ändern, das zeige ich euch gleich. Aber so geht es am einfachsten, wenn ihr sagt, okay, ich möchte es über die Babsi bestellen. Dann kommt ihr auf meine Webseite, die sieht dann so aus. Und da könnt ihr ein bisschen nach unten scrollen. Und dann kommt ihr hier zu diesem Punkt Online-Shop. Da kann man einfach draufklicken und schon seid ihr im Online-Shop und könnt da eure Bestellung aufgeben. Bei mir dauert es ein kleines bisschen. Ich nehme euch noch ein bisschen näher ran. Ich hoffe, ihr seht es gut. Hier kommt jetzt immer gleich so eine Meldung, ich soll diese App installieren. Das möchte ich nicht machen. Schauen wir mal, ob er es an nimmt. Vorher hat er es nämlich nicht genommen. Also ich brauche das jetzt nicht, ich wollte es euch jetzt nur zeigen. Aber ihr seht jetzt, könnt ihr hier oben bestellen bei Babsi Huber. Und das heißt, ihr seid hier gleich bei mir im Shop und bestellt direkt über mich. Genau. Ihr könnt dann hier einfach eure Bestellnummern mit diesem kleinen Suchsymbol eingeben. Egal was. Oder ihr sagt, ich suche hier über diese Leiste und gebt dann ein, ich suche den Papierschneider zum Beispiel. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte die Papierschneidemaschine, kann mir nochmal alles durchlesen, sehe mal, wie viel ich möchte, kann mir die Angaben durchlesen und kann das Ganze dann in meinen Warenkorb legen. Ich kann mir jetzt hier meinen Warenkorb anzeigen lassen. Und jetzt kommt auch schon die Info. Im Moment ist Celebration. Also ich habe jetzt Februar, wo ich das Video aufnehme, weil ich möchte euch das Video deswegen jetzt aufnehmen, weil ich euch alle Möglichkeiten zeigen möchte. Also nicht nur, wie man bestellt, sondern auch, auf was man achten muss, wenn jetzt gerade ein besonderes Angebot ist, zum Beispiel die Celebration. Und jetzt sehe ich hier oben diesen kleinen Warenkorb mit diesem Eins. Seht ihr diese Einkaufstasche? Das heißt, ich habe ein Element in meinem Warenkorb. Und so kann ich jetzt einfach meine Bestellung komplett eingeben. Am besten ist es eigentlich immer, sich vorher die Bestellnummern aufzuschreiben und die dann einfach einzutippen. Am Computer finde ich es am leichtesten, aber wie gesagt, das geht natürlich am Tablet oder am Handy auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, also ich nehme jetzt einfach nochmal einen Papierschneider dazu in den Warenkorb, habe ich jetzt 60 Euro Bestellwert. Und dann zeigt er mir hier oben dieses rosa Symbol an. Seht ihr das? Wenn ich da jetzt mal draufklicke, dann heißt es Celebration. Glückwunsch, Sie haben Anspruch auf ein gratis Produkt. Ich kann hier draufklicken und sagen, mehr erfahren. Er hat wieder einen kleinen Moment. Und jetzt sehe ich alle Produkte, die es momentan gerade in der Celebration gibt. Es gibt verschiedene Stufen bei der Celebration. Einmal 60 Euro Bestellwert, 120 Euro Bestellwert und einmal das Gastgeberinnen-Sit. Und dazu komme ich gleich. Als allererstes, bevor ich euch das eigentlich zeigen wollte, wollte ich euch eigentlich zeigen, wie ihr über jeden Demonstrator bestellen könnt. Aber ich glaube, ich verschiebe das ein bisschen im Video. Also ich zeige euch jetzt erstmal die Celebration und dann erkläre ich euch, wie ihr auch über jeden anderen Demonstrator bestellen könnt oder über die Stampin' Up-Seite direkt. Genau. Also ich habe jetzt 60 Euro Bestellwert und könnte mir jetzt zum Beispiel für 60 Euro was aussuchen. Kann ich hier auf Produkte entdecken, wenn er es denn nimmt. Produkte entdecken. Jetzt hat er es. Mir dauert es gerade ein bisschen mit dem Internet. Internet-Empfang ist gerade ein bisschen schlecht. Und jetzt könnte ich mir hier eins gratis aussuchen. Zum Beispiel die Esel. Achtung, es gibt natürlich auch verschiedene Sprachen. Immer ein bisschen darauf achten, dass ihr dann auch die Sprache nehmt, die ihr gerne möchtet. Und dann könnte ich das hier auswählen. Ich habe jetzt hier das deutsche Set genommen und mache das in den Warenkorb. Genau. Und jetzt könnte ich mir den Warenkorb auch einfach mal anzeigen lassen. Übrigens, hier seht ihr auch gleich noch, das könnt ihr euch vielleicht vorher noch zeigen. Er zeigt mir hier auch gleich an, niedrige Lagerbestände. Also hier sehen wir, wir haben jetzt 60 Euro Bestellwert, bekommen das Set gratis und haben aber niedrige Lagerbestände. Das bedeutet, das ist jetzt noch bestellbar, das Produkt. Aber es kann sein, dass es, wenn wir jetzt die Bestellung erst in zwei Tagen zum Beispiel aufgeben, dass es dann schon in Nachlieferung ist. Das bedeutet, ihr bekommt es kostenlos nachgesendet von Stampin' Up. Aber es kann halt sein, dass es erst in zwei Wochen im Lager erscheint oder in einer Woche. Und dass man das halt einfach separat bekommt als Paket, aber eben einfach ein bisschen später. Genau. Die Celebration ist nämlich so, man kann sich für je 60 Euro oder je 120 Euro was aussuchen, wenn wir jetzt einen größeren Bestellwert haben. Zum Beispiel für 180 Euro. Das machen wir jetzt einfach mal. Also ich bleibe jetzt einfach mal hier bei den 30 Euro, weil das passt gerade so gut. Ich gehe jetzt mal auf 180 Euro Bestellwert. Also fünfmal oder sechsmal den Papierschneider. Und bin jetzt in meinem Warnkorb und sehe jetzt wieder hier dieses rosane Symbol leuchtet. Also das ist ja vorher durchsichtig oder neutral und dann wird das rosa und zeigt mir an, ich darf mir noch was aussuchen. Und jetzt darf ich mir eben noch einen Artikel aussuchen, zum Beispiel für 120 Euro. Oder eben nochmal zwei Artikel für 60 Euro. Also ich habe mir jetzt 180 Euro Bestellwert und habe mir ein 60 Euro Produkt ausgesucht. Ich darf mir also drei 60 Euro Produkte aussuchen oder eins für 120 und eins für 60. So staffelt sich das je 60 oder 120 Euro Bestellwert immer hoch. Also ich denke, das ist so ganz gut erklärt. Ihr könnt da immer wählen, möchte ich das jetzt aufstaffeln in zum Beispiel drei für 60 Euro oder möchte ich das zusammen kombinieren. Wenn ich jetzt natürlich zwei größere Sets haben möchte, dann müsste ich für 240 Euro bestellen und dürfte mir dann zwei von der 120er Stufe oder Kennzeichnung aussuchen. Und ich sage jetzt einfach, ich möchte noch ganz gerne, ich nehme jetzt noch den Tintentraum. Jetzt gucke ich mal, ob auch irgendwas innen nicht lieferbar ist. Ne, ist alles lieferbar. Also ich gehe jetzt hier, da steht es nämlich jetzt auch schon dran, niedrige Lagerbestände. Nehme mir nochmal den Tintentraum jetzt wieder auf Deutsch und gehe den einmal in den Warenkorb, auch gratis. Und das kann ich mir den Warenkorb nochmal anzeigen lassen. Und da beziehe ich meinen Bestellwert von 180 Euro, meine zwei Gratissets und sehe jetzt hier auch nochmal meinen Betrag. Und da kommen immer noch die Versandkosten dazu. Jetzt bin ich wieder irgendwo drauf gekommen, das wollte ich nicht. Jetzt klicke ich nochmal auf mein Symbol. Eigentlich müsste das jetzt weg sein, weil wir haben alle eingelöst. Wir haben einmal 120 und einmal 60, aber es zeigt es mir immer noch an. Jetzt gehen wir mal auf Bezahlen. Und hier kann ich jetzt auswählen, ob ich als Gast bestellen möchte oder ob ich ein Konto erstellen möchte. Das liegt ganz bei euch. Also da könnt ihr euch anmelden, wenn ihr das wollt. Oder ihr lasst es einfach und meldet euch neues Gast an. Genau. Jetzt gibt es noch ein paar Punkte, die ich noch ganz gerne zeigen wollen würde. Nämlich ab 200 Euro Bestellwert gibt es die sogenannten Shopping-Vorteile. Die gibt es immer das ganze Jahr. Also nicht nur zur Celebration-Zeit. Das ist ab 2021 im Januar und Februar und im Juli und August. Wenn ich es richtig weiß, ich blende es euch sicherheitshalber ein. Nicht, dass ich einen Quatsch erzähle. Das ist dieses Jahr zum ersten Mal zweimal im Jahr. Und die Shopping-Vorteile, die gibt es immer das ganze Jahr. Da gibt es auch eine Übersicht, die blende ich euch jetzt mal ein. Das staffelt sich nämlich auch je Bestellwert. Also bei 200 Euro Bestellwert wären es 10%, die man sich zusätzlich gratis aussuchen dürfte. Und hier ist der Unterschied. Bei der Celebration habt ihr eine Broschüre in der Regel oder spezielle Produkte, die ihr euch aussuchen dürft. Und bei den Shopping-Vorteilen ist es so, dass ihr euch diese Produkte, eure Freibeträge, wenn ihr jetzt für 200 Euro zum Beispiel bestellt, dürft ihr euch für 20 Euro etwas gratis aussuchen aus dem aktuellen Katalog oder aus den aktuellen Katalogen. Also nicht aus der Celebration Broschüre, sondern zum Beispiel aus dem Haupt- und Mini-Katalog oder nur Hauptkatalog. Und jetzt machen wir das einfach mal. Also ich gehe jetzt nochmal einen Papierschneider mehr rein. Bin jetzt bei 200 Euro. Und jetzt wird mir hier relativ klein angezeigt. Shopping-Vorteile. Hier, sie haben 21 Euro an Shopping-Vorteilen übrig. Das ist leider ein bisschen klein. Ich hätte es gerne größer. Aber ich möchte es euch direkt zeigen. Ihr könnt jetzt also nochmal in den Shop gehen und sagen, okay, für 21 Euro nehme ich mir jetzt zum Beispiel, ich kann mir jetzt mehrere Klebesachen aussuchen oder ich nehme mir ein Stempelset. Ich nehme mir jetzt einfach mal irgendein Stempelset raus. Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, aber ich nehme jetzt mal die ovalen. Ovale Grüße. Mal gucken, was das kostet. Das kostet jetzt 23 Euro, genau. Und jetzt kann ich mir hier, seht ihr schon, kann ich Vorteile einlösen anklicken. Das heißt, ich kann das jetzt ganz normal in den Warenkorb legen oder ich verwende das als Shopping-Vorteil. Und diese Differenz von den 2 Euro, die kann ich einfach dazu bezahlen. Also es ist jetzt ein bisschen mehr als die 21 Euro, aber die kann ich einfach noch nachträglich dazu zahlen. Genau, jetzt gucken wir nochmal den Warenkorb an und jetzt steht hier unten, sie haben 0 Euro an Shopping-Vorteilen übrig. Seht ihr, das ist sehr klein geschrieben hier leider. Aber das bedeutet, ich habe die voll eingelöst und kann meine Bestellung jetzt abschicken. Wenn ihr jetzt eure Shopping-Vorteile auswählt und ihr sagt zum Beispiel, ich möchte gerne ein Gastgeber-Set aussuchen. Gastgeber-Sets sind ganz besondere Stempel-Sets, die man normalerweise nur ab einem Bestellwert von 200 Euro bekommt. Hat aber nichts damit zu tun, ob man eine Party macht oder nicht. Das sagt das ja, das Wort Gastgeber-Set sagt das ja immer aus, aber das ist eigentlich ein bisschen schwer ausgedrückt, finde ich. Das bekommt ihr immer ab einem Bestellwert von 200 Euro könnt ihr euch auch die Gastgeberinnen-Sets aus den Katalogen oder aus dem aktuellen Katalog aussuchen. Und die sind meistens im Katalog weiter hinten. Aber die kann man eben nicht einfach so kaufen. Die sind dann auch meistens günstig, also zum Beispiel für 16 Euro. Dann könnt ihr euch noch einen Kleber für 5 Euro dazunehmen oder so. Aber die kann man eben nur mit den Shopping-Vorteilen erhalten. Die kann man nicht normal zur Bestellung dazufügen. Und die könnt ihr eben über die Shopping-Vorteile auch ganz normal eingeben. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, wenn ihr in der Celebration bestellt. Dann gibt es meistens noch ein zusätzliches Stempelset, ein zusätzliches Gastgeber-Stempelset ab einem bestimmten Bestellwert. Jetzt zur Celebration Januar und Februar kann ich euch sagen, dass das ab 375 Euro ist. Aber das kann sich natürlich auch ändern. Ich hole mir mal ganz schnell den Katalog. Habe ich vergessen, mit rüber zu nehmen. Den wollte ich nämlich zeigen. Also ich habe jetzt hier als Beispiel den Mini-Katalog. Es kann sein, wenn ihr das Video seht, ist der nicht mehr gültig und es gibt schon einen neuen. Aber das ist noch dieser Mini-Katalog. Und ich möchte euch nur zeigen, was ich mit Gastgeber-Set meine. Also Gastgeberin sein lohnt sich. Das ist jetzt auf Seite 88, also relativ hinten. Und da sieht man das Stempelset, das es da eben gratis gibt, wenn man einen Bestellwert von 200 Euro erreicht. Also das ist auf der Seite nochmal beschrieben. Und hier unten sieht man auch nochmal die Staffelung der ganz normalen Shopping-Vorteile. Und ab 200 Euro Bestellwert kann man sich eben auch die Gastgeberinnen-Stempelsets aussuchen. Noch eine wichtige Sache zu den Shopping-Vorteilen, die man halt das ganze Jahr bekommt. Und es können ab einem großen Bestellwert von 550 Euro sogar noch ein Produkt zum halben Preis ausgesucht werden. Und für diesen halben Preis kann man zum Beispiel die kleine Stanzmaschine nehmen, aber nicht die große. Die große geht nicht. Und es gehen keine Produktreihen, nur Produktpakete. Also Produktreihen sind zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Seite auswähle, sieht man es am besten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Hortensien, mal als Beispiel. Da gibt es hier eine Produktreihe, das heißt man kann alles, was es zu diesem Set gibt, also es gibt ein Stempelset, es gibt Stanzformen, es gibt verschiedene Papiere und Accessoires. Alles, was es da gibt, kann man mit einer Bestellnummer bestellen. Also das kann man nicht zum halben Preis bestellen, aber man könnte zum Beispiel ein Produktpaket zum halben Preis bestellen hier oben. Produktpaket ist das Stempelset und die Stanzform für die Stanzmaschine. Oder eben, das ist auch oft so, dass ein Stempelset mit einer passenden Handstanze dazu als Produktpaket angeboten wird. Mal schauen, ob ich da spontan eins finde. Das ist alles mit Stanzformen. Genau, hier ist zum Beispiel die Libelle. Und dann sieht man hier oben den Libellengarten, das Produktpaket, das ist die Stanze und das Stempelset in einem, können wir jetzt zum halben Preis bestellen. Also das geht alles ab einem Bestellwert von 550 Euro. Genau. Und wie gesagt, Gastgebersets ab 200 Euro sind die auswählbar. Und die Staffelung habt ihr jetzt auch gesehen, jetzt habe ich die Seite wieder verblättert. Das ist immer ganz hinten. Also wie sich das staffelt, dass ihr euch die Shoppingvorteile aussuchen könnt, richtet sich also immer nach dem Bestellwert. Das steht hier Partyumsatz, aber es ist auch einfach der Katalogbestellwert ohne Versandkosten. Versandkosten kommen immer nochmal dazu, das sind 5,95 Euro. Aber dieser Bestellwert ist eben ohne Versandkosten dann eben 10%, 12%, 14% und 16% und ab 550 Euro einen Artikel zum halben Preis zusätzlich. Genau. Also das ist so die Shoppingvorteile einmal. Jetzt sieht ihr meine Kamera. Genau. Und die andere Sache, die ich euch eben zeigen wollte, ist zur Celebrationzeit. Wenn man den größeren Bestellwert hat, also 375 Euro ist das jetzt in diesem Fall. Ich halte euch auch mal diese Übersicht rein. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, weil es relativ dunkel ist. Die bekommt man hier ab 375 Euro. Und da bekommt man 12% Shoppingvorteile. Das ist genau gleich. Genau. Also die 12% Shoppingvorteile bekommt ihr ab 375 Euro und dazu gratis ein bestimmtes Produkt. In diesem Fall in dieser Celebration. Das ist diese Celebration im Heft Januar und Februar, das ich euch jetzt zeigen kann. Es ist ein Gratisstempel-Set, das ihr zusätzlich zu eurer Bestellung bekommt. Und das möchte ich euch jetzt noch zeigen im Shop. Das heißt, ich muss jetzt auf einen Bestellwert kommen von 375 Euro. Und ich mache das auch wieder über die Papierschneidermaschine, einfach um euch das mal zu zeigen. Also ich habe jetzt 370 Euro. Ich kann jetzt noch einen Kleber dazu nehmen. Dann nehme ich mal hier noch die Dimensionless dazu. Ich nehme jetzt einfach die Mini, die kosten auch 5 Euro, wenn ich es richtig weiß. Hier sind sie. Ich könnte die jetzt als Vorteil einlösen, weil ich noch Shoppingvorteile übrig habe. Entschuldigung, ich bin jetzt schon wieder so weit weg. Ich nehme die jetzt in den Warenkorb, dann bin ich genau bei 375 Euro Bestellwert. Ich gehe nochmal rein in meinen Warenkorb. Genau, 375 Euro, das passt. Und jetzt kann ich mir erstmal noch Shoppingvorteile aussuchen. Und da würde ich sagen, dann nehme ich mir jetzt einfach auch so ein, ich habe jetzt hier, seht ihr das? Nochmal 4,50 Euro Shoppingvorteile mehr. Das heißt, ich nehme mir nochmal die Dimensionless als Shoppingvorteile. Wobei ich euch noch eine Sache zeigen kann, die vielleicht auch ganz spannend ist. Ich kann nochmal hier oben bei Aktionen und Sparangebote gehen und dann in die Ausverkaufsicke klicken. Hier sind nämlich immer ganz tolle Produkte noch. Immer wieder wird das aufgefüllt und dann sind nochmal tolle Sachen drin zum reduzierten Preis. Und dann kann ich jetzt gucken, was ich da gerne noch dazu hätte. Also zum Beispiel das filigrane Papier. Ich würde jetzt mal zum Beispiel das hier nehmen, Schnellkauf. 4,80 Euro kosten die und die kann ich als Vorteile komplett einlösen. Und jetzt kann ich mir nochmal den Warenkorb anzeigen lassen. Ich habe jetzt hier 30 Cent mehr, die ich dazu zahle. Das heißt, meine Shoppingvorteile kosten halt ein kleines bisschen mehr als die, die ich aussuchen konnte. Also 27,50 habe ich ausgesucht und 27,80 beträgt der ganze Betrag. Das heißt, diese 30 Cent kann ich auch zahlen. Zusätzlich dann noch zahlen. Das passt. Also da könnt ihr auch 2, 3 Euro mehr zahlen oder 5. Je nachdem, was ihr euch aussucht. Genau. Okay, aber jetzt habe ich mein komplettes, meinen kompletten Bereich eigentlich fertig. Meine Bestellung wäre fertig. Und jetzt kommt aber noch, sie haben Celebration Premium zum Einlösen. Suchen Sie sich ihr Gratisprodukt aus. Das heißt, da klicke ich nochmal drauf. Und jetzt kann ich wählen, möchte ich was für 120 oder für 60 Euro. Jetzt nehme ich mal das 60 Euro. Und nehme jetzt zum Beispiel noch, ah, das nehme ich jetzt das Papier in den Warenkorb. Das steht jetzt hier unten dran, ganz klein, aber Nachlieferung. Und das nehmen wir jetzt mal gleich mit rein. Das heißt, ich kann es bestellen, aber es kommt später nach. Ich gehe nochmal zurück zum Warenkorb und habe jetzt alles eingelöst, hoffe ich. Also Shoppingvorteile habe ich eingelöst. Meine Gratisprodukte zeigt es mir hier an. Da steht jetzt nur Nachlieferung. Ich gehe jetzt mal auf das kleine Fragezeichen. Da wird es nur beschrieben. Heißt, sobald die wieder im Lager eintreffen, wird das Produkt nachgeliefert. Also ihr seht jetzt hier nochmal ganz gut. Niedrige Lagerbestände heißt, es kommt mit in dieser Bestellung, wenn ich die gleich losschicke. Nachlieferung heißt, es kommt separat nach. Und wenn nichts dabei steht, dann ist es einfach ganz normal lieferbar. Okay. Falls ihr noch irgendwie einen Code habt, Gastgebercode oder sonst irgendwas, könntet ihr hier den noch eingeben. Ich komme jetzt wieder genau auf 375 Euro. Und jetzt habe ich natürlich noch mehr Shoppingvorteile. Ich habe mich vorher schon gewundert, warum ich so wenig Shoppingvorteile habe, aber ich bin nicht drauf gekommen. Jetzt klicke ich nochmal auf mein Geschenklein. Tut mir leid, dass ich das nicht kapiert habe. Und klicke mir jetzt als erstes mal auf meine Shoppingvorteile, die ich noch einlösen kann. Also für mich ist das auch im Tablet total komisch, wenn ich ehrlich bin. Ich mache normalerweise alles im Computer und dieses... Da seht ihr jetzt mal wieder irgendwo drauf. Ich wollte doch eigentlich einfach nur meine Shoppingvorteile einlösen. Da bin ich immer ein bisschen... Ja. Das könnte für mich einfacher sein. Aber ich wollte euch das natürlich genau zeigen. Ich nehme jetzt einfach nochmal was dazu. Ich habe jetzt noch... Wie viel habe ich noch? 17,20 Euro. Und dann nehme ich mir jetzt einfach mal dieses Gastgeberset. Dieses spezielle. Das kostet dann nämlich nur 15 Euro. Wo ist es? Hier unten die Bestellnummer. Das tragen wir jetzt da einfach mal ein. Gehe ich nochmal aufs Suchen, auf die Lupe. Und mache das so. Gut. Die Gastgeber sind auch drin. Und ich habe jetzt noch übrig. Ich habe 2,20 Euro. Ich nehme mir jetzt einfach nochmal das hier einfach zweimal. Damit ich die komplett ausschöpfe, meine Shoppingvorteile. Und ich habe hier also noch Celebration Produkte zum Aussuchen. Nehme mir jetzt auf die 120. Und nehme mir noch die fruchtigen Grüße dazu. Und lege mir die in den Warenkorb. Okay. Und jetzt ist es so, ihr müsst es wissen. Bei 375 Euro kommt anscheinend keine Meldung. Was ich ein bisschen schade finde, dass ich mir das Gratis-Set noch zusätzlich in die Bestellung reinhauen kann. Dann lasse ich mir den Warenkorb anzeigen. Überprüfe nochmal, habe ich alle Shoppingvorteile und alle Gratis-Produkte eingelöst. Habe ich jetzt in diesem Fall gemacht. Also das rechnet man sich am besten nochmal selber aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück Gratis habe ich bekommen. Also das passt mit dem Bestellwert überein. Das Stempelset habe ich mir auch reingewählt. Und hier unten habe ich meine Shoppingvorteile. Und da steht, sie haben 0 Euro an Shoppingvorteilen übrig. Und dann kann ich meine Bestellung abschließen. Ich klicke dann auf Bezahlen. Ich melde mich jetzt als Gast an. Testmail. Also ich mache jetzt da natürlich keine Bestellung. Ich möchte jetzt nicht so auf dem Papierschneider bestellen. Zwölfmal. Sondern ich melde mich jetzt einfach als Gast an. Ich könnte euch natürlich auch richtig anmelden. Und gebe jetzt hier einfach eine Testadresse ein. Irgendeine Telefonnummer. Dann könnt ihr hier auswählen. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Ja, ich möchte Werbeangebote und Informationen zu Produktneuheiten von Stampin' Up erhalten. Wenn ihr da vorne diesen kleinen Haken reinmacht, dann bekommt der Demonstrator, bei dem ihr bestellt, eine Nachricht und wird euch dann in die Newsletterliste aufnehmen. Also wenn ihr bei mir bestellt, dann meldet ihr euch dann auf meinen Newsletter ab und bekommt dann einmal im Monat oder wenn es was Neues gibt, also meistens einmal im Monat, einfach eine Information, was gibt es Neues bei Stampin' Up und welche Angebote oder welche neuen Aktionen kommen. Wenn ihr jetzt aber bei einem Demonstrator bestellt, ihr diesen Newsletter nicht habt, dann bekommt ihr da auch keine Informationen, auch wenn ihr das angeklickt habt. Wenn ihr euch jetzt bei mir schon im Newsletter registriert habt, dann seid ihr einfach doppelt da drin. Also bekommt es nur einmal, aber genau, also da kann ich jetzt nur von mir sprechen. Wenn ihr das bei mir anklickt, dann bekommt ihr eben den Newsletter und wenn ihr den nicht mehr wollt, dann könnt ihr den auch ganz einfach abwählen. Also müsst ihr entscheiden, ob ihr das möchtet oder nicht. Dann könnt ihr auswählen, wie möchte ich denn bezahlen bei Stampin' Up. Im Online-Shop kann man mit Kreditkarte und mit PayPal bezahlen. Wenn ihr bei mir per E-Mail oder Bestellformular bestellt, dann könnt ihr mit Überweisung bezahlen, Banküberweisung. Wichtig ist nur, dass ihr wissen müsst, alles ist immer per Vorkasse, also ihr müsst zuerst die Rechnung bei mir bezahlen und dann kann ich eure Bestellung erst aufgeben. Und jetzt wähle ich zum Beispiel PayPal aus. Klicke jetzt mal auf Weiter und jetzt seht ihr noch einmal, bei welchem Demonstrator ihr bestellt. Also ich bestelle jetzt zum Beispiel bei mir Babsi Huber, Ekeling an der Paar, das bin also ich. Und ich kann aber jetzt hier auch nochmal sagen Löschen und mir einen anderen suchen, denke ich. Probieren wir mal aus. Genau, ihr könnt jetzt hier auswählen, Demonstrator in meiner Nähe oder nach Namen suchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Namen suche und sage Babsi Huber und dann auf Suchen klick hier, dann müsste da die Babsi Huber erscheinen. Ja, okay, seht ihr, da erscheine ich jetzt mit Bild, also das bin ich und ihr könnt dann über mich bestellen. Oder ihr sagt, ich möchte einen Demonstrator in meiner Nähe finden, dann könnt ihr da drauf klicken und ich habe da ja irgendeine E-Mail, also irgendeine Postleitzahl angegeben. Ich mache jetzt mal einfach meine richtige, ich gebe jetzt da mal meine Postleitzahl an und dann kommen einfach die in der Nähe sind. Und da kann ich jetzt auch wieder sagen, ich nehme die Babsi Huber, weil ich die halt einfach unterstützen möchte und kann dann hier auf Bestellung überprüfen gehen und weiß jetzt, bei wem ich bestelle und kann das dann einfach so abschicken. Und hier habt ihr auch nochmal die Auflistung von eurer Übersicht, also ihr habt Zuzahlung von Shopping-Vorteilen 2,60 Euro, das war eben noch ein bisschen mehr als zur Verfügung stand. Der Versand kommt immer noch dazu, 5,95 Euro sind das immer und ihr seht ja auch nochmal eure Zwischenstumme und könnt dann einfach nochmal eure komplette Bestellung überprüfen. Ich gehe jetzt hier aber raus, weil ich möchte keine so vielen Papierschneider bestellen natürlich. Ich wollte das dann nur mal zeigen. Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich noch einen ganz kurzen Einspieler machen, denn bei mir hat sich noch in der Zwischenzeit ein bisschen was verändert, seit ich das Video eben aufgenommen habe und jetzt wird es ja viel später erst veröffentlicht. Und zwar ist es so, dass ich in Zukunft auch mit diesem Host-Code oder Gastgeberinnen-Code arbeiten möchte. Vielleicht zeigt euch das auch schon mal was, das bieten ja viele Demonstratoren an und ich wollte euch das jetzt einfach kurz erklären, wie ihr das am besten machen könnt und was es bedeutet. Genau, und zwar, wenn ihr über meine Webseite bestellen wollt, dann ist es so, dass dieser Host-Code immer auf der linken Seite im Menü zu finden ist. Momentan steht er hier, ich hoffe, ihr seht es gut, also Host-Code. Ihr könnt da draufklicken, dann öffnet sich auch nochmal ein Fenster an der Seite, dann könnt ihr das nochmal nachlesen. Also da steht dann nochmal ganz viele Infos dazu. Oder ihr klickt da einfach direkt drauf und kommt dann so schon mal auf meinen Online-Shop mit diesem Code, dann müsst ihr den nicht separat eingeben. Es dauert jetzt nur bei mir einen kleinen Moment, ich hoffe, er hat es genommen. Mein Internet im Keller. Genau, also das lädt jetzt einfach noch, aber ihr seht gleich, dass ihr dann hier oben einmal mich als Demonstrator habt. Bestellen bei Babsi Huber. Und wenn ich jetzt auf meinen Warenkorb klicke, mir den Warenkorb anzeigen lasse, seht ihr hier an der Seite, dass der Gastgeber-Code schon eingefügt ist. Genau, also so könnt ihr ganz normal da draufklicken, könnt dann eure Bestellung eingeben und könnt das Ganze dann abschließen. Wichtig ist, dass dieser Code für jede Bestellung unter 200 Euro gilt. Und das ist ja als Dankeschön, wenn ihr den Code benutzt und auch wenn ihr den Code nicht benutzt. Und auch wenn ihr über 200 Euro bestellt, also das ist total egal, dass ihr dann meine Treuepunkte bekommt. Aber es kann sein, dass ich in Zukunft an meinem System ein bisschen was ändere und deswegen wollte ich euch da jetzt schon drauf einstimmen und euch das erklären, wie das ganz einfach funktioniert. Und je nachdem, wie das eben mit den Treuepunkten weitergeht, kann es eben sein, dass ich das auch ein bisschen anders mache. Und da ist eben dann der Hostcode wichtig. Und wichtig ist, dass sich dieser Code also jeden Monat ändert. Der ist immer nur 30 Tage gültig. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich wieder auf meine Webseite komme. Und diesen Code an der Seite, den generiere ich natürlich schon immer so, dass der richtig ist und dass der passt. Und dass ihr halt jeden Monat dann da draufklicken könnt und dann über einen neuen Code bestellen könnt. Also hier findet ihr immer den aktuellen Code. Was auch noch sein kann, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Es kann sein, dass es vom Design ein bisschen anders ist, also dass der Code dann weiter unten ist. Vielleicht, er wird immer auf der linken Seite im Menü sein. Und egal, auf welcher Seite ihr seid, ihr seht das Menü eigentlich immer. Auch wenn ich jetzt irgendwo anders draufklicke, bleibt auf der linken Seite ja das Menü immer stehen. Und da wird dieser Code auch immer dabei sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich den noch weiter unten einbaue, mit einem vielleicht größeren Kästchen oder so. Mal gucken mit einer anderen Beschreibung oder so. Also, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr hervorsticht. Und jedenfalls wird er immer auf der linken Seite im Menü zu finden sein. Egal, auf welcher Seite ihr auf meiner Webseite seid. Genau. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich bin ja jetzt schon im Online-Shop. Ich weiß, ich habe eine Bestellung, die unter 200 Euro ist. Und ich möchte den Code noch eingeben. Dann könnt ihr euch das einfach auch kopieren. Also, Link-Text kopieren. Auf meiner Webseite findet ihr den immer aktuell. Und ich habe jetzt hier schon mal eine Bestellung angelegt über den Stampin' Up Online-Shop. Und dann könnt ihr hier auf der rechten Seite, das mache ich euch mal groß, immer noch diesen Gastgeber in den Code hinzufügen. Einfach mal anklicken. Dann kann man hier den Code einfügen. Ich muss jetzt nur vorne das Geschriebene rauslöschen. Ups, so war das nicht gedacht. Ich wollte nicht den ganzen Code löschen. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Also, das sind immer acht Ziffern und Zahlen. Und dann kann ich hier auf Anwenden klicken. Und dann seht ihr, speichert ihr diesen Code dann gleich hier ein. Und dann habe ich den in der Bestellung mit drin. Kann danach einfach mal die ganzen Produkte wieder einfügen und auf Bezahlen klicken. Und so geht es dann ganz normal und ganz einfach auch über den Online-Shop. Also, je nachdem, wie ihr bestellt. Die einfachste Variante ist eigentlich immer das über meine Webseite, dass ihr hier gleich drauf klickt. Weil dann seid ihr gleich an der richtigen Stelle. Und genau. Also, wie gesagt, jede Bestellung unter 200 Euro. Wäre super, wenn ihr den Code eingeben würdet, wenn ihr über den Online-Shop bestellt. Ihr bekommt bei jeder Bestellung, so ist es jetzt geregelt, nach wie vor eure Treuepunkte. Und natürlich auch über 200 Euro. Das ist ganz klar. Meine Treuepunkte gibt es dann immer. Aber falls sich das System ändert, beziehungsweise habe ich auch noch eine Idee mit diesem Code, wenn man den eingibt, dass es dann noch so viel zusätzlich was gibt. Oder eben sich das ganze System ändert, dann wisst ihr schon mal Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Wenn sich das Ganze ändert, dann erfahrt ihr das natürlich über mein Newsletter und natürlich auf meiner Webseite, wie immer. Alle aktuellen Informationen sind da zu finden. Und deswegen wollte ich euch das jetzt noch kurz einspielen, damit ihr dann schon mal Bescheid wisst, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt geht es ganz normal weiter mit dem Video. Und jetzt wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie es geht, wenn ihr jetzt nicht über meine Webseite in den Online-Shop gehen wollt. Dann funktioniert das Ganze so, dass ihr einfach hier oben in euer Suchfenster stampinup.de eingeht. Und dann kommt ihr auf diese Seite hier. Ich muss nur noch wieder kurz dieses Installieren-Fenster wegmachen und kann jetzt hier auf Demonstrator finden gehen. Seht ihr das? Und wenn ihr da drauf klickt, Demonstrator finden, möglicherweise müsst ihr auch noch das Land einstellen. Aber wenn ihr hier oben auf Demonstrator finden geht, ich sage ja, ich bin kein Tablet-Arbeiter. Habt ihr es schon gemerkt? Der macht jetzt nicht, was ich will. Okay, wer hat es gemacht? Wenn ich auf Stampinup, also Demonstrator finden gehe, dann kann ich auch hier wieder eingeben, Demonstrator nach Namen suchen oder in meiner Nähe suchen. Und wie gesagt, ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Ihr könnt jetzt hier oben draufklicken, Demonstrator nach Namen suchen, zum Beispiel Babsi Huber oder euren Demonstrator, egal wen ihr da wollt. Und dann erscheint hoffentlich die Liste. Also ihr klickt dann auf Suchen und dann kommt jetzt zum Beispiel ich oder euer Demonstrator, je nachdem welchen Namen ihr eingegeben habt. Und dann könnt ihr den einfach anklicken und könnt dann über diesen Demonstrator bestellen, kommt dann nochmal so ein Fenster bei Babsi Huber. Meine Webseite, meine sozialen Medien kommen da und ihr könnt dann auf jetzt shoppen gehen und habt mich da eingestellt. Genau. Bei mir ist der Wagenkorb jetzt schon gefüllt. Aber wie gesagt, so könnt ihr bestellen, auch über jeden anderen Demonstrator. Und so funktioniert der Online-Shop. Und ich kann es euch nur empfehlen, macht das am Computer und nicht so wie ich am Tablet. Oder ihr kommt am Tablet besser klar. Also ich bin da manchmal nicht da nicht so, wie ich will und so. Und darum geht es ja auch nicht. Also es geht ja einfach nur darum, dass ihr wisst, wie ihr das Ganze macht und dass ihr auf die Sachen, die wichtig sind, achtet. Zum Beispiel in der Celebration-Zeit oder auch nicht zur Celebration, dass ihr wisst, dass ihr Shopping-Vorteile ab 200 Euro Bestellwert bekommt und wie ihr euch das auswählt. Also nochmal ganz kurz im zusammengefassten Punkt ist einfach, ich blende euch das jetzt hier nochmal so ein. Also jede Bestellung könnt ihr über mich bestellen, per E-Mail, per Bestellformular oder per Online-Shop. Der Vorteil am Online-Shop ist auf jeden Fall, dass es für euch schneller geht. Ihr seht sofort, ist was im niedrigen Lagerbestand oder nicht. Was nicht so wichtig ist, sondern wichtig ist, ob eine Nachlieferung ist oder nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte das aber nächste Woche verwenden, das Stempel, das ist in Nachlieferung und das dauert halt einfach, bis das kommt, dann wisst ihr das gleich. Ihr gebt die Bestellung direkt auf, könnt per PayPal und per Kreditkarte bezahlen und habt normalerweise eine Lieferzeit von ungefähr drei bis fünf Tagen. Genau. Wenn es über mich geht, also per E-Mail oder Bestellformular, dann müsst ihr wissen, dass ihr per Überweisung bezahlen könnt oder per Echtzeitüberweisung. Also das bieten ja auch viele Banken an oder alle Banken. Das kann man beim Online-Banking ganz einfach machen. Ihr bekommt natürlich bei mir immer eine Antwort auf eure Fragen. Bekommt ihr immer auch, wenn ihr im Online-Shop bestellt. Natürlich könnt ihr mir jederzeit eure Fragen stellen, das ist ganz klar. Wichtig ist zu wissen, dass ihr halt, wenn ihr über mich bestellt, dass es dann ein bisschen länger dauert, weil ich ja natürlich erst mal antworte, auf eure Antwort warte, auf die Überweisung warte. Und wenn die Bestellung dann bezahlt ist, dann kann ich die Bestellung aufgeben. Also es dauert einfach ein bisschen länger als normalerweise, wenn ihr direkt bestellt. Aber ihr habt, wie gesagt, die Möglichkeit per Überweisung oder per Echtzeitüberweisung zu bestellen. Und genau. Treue Punkte, das ist so ein kleines Geschenk von mir. Das kann ich euch hier oben mal verlinken. Wo bin ich? Hier oben unter dem weißen I. Das ist einfach von mir persönlich an jede meiner Kundinnen und Kunden. Was das genau bedeutet, das bekommt ihr immer. Egal, ob ihr im Online-Shop bestellt oder bei mir direkt per Bestellformular oder per E-Mail. Das ist ganz egal. Bekommt ihr das immer und das regeln wir dann einfach gemeinsam. Und wichtig ist einfach nur zu wissen, ab einem bestimmten Bestellwert bekomme ich Shopping-Vorteile das ganze Jahr. Das seht ihr hier nochmal aufgelistet. Und wenn Celebration-Zeit ist, dann bekomme ich zusätzlich noch was. Nämlich je 60 Euro Bestellwert oder je 120 Euro Bestellwert verschiedene Produkte aus einer bestimmten Broschüre. Und ein Gastgeberinnen-Stempelset oder ein Gastgeberprodukt bekomme ich auch ab einem bestimmten Bestellwert oder Partyumsatz. Also Bestellwert reicht völlig aus. Ihr müsst deswegen keine Party machen. Das verwirrt vielleicht ein bisschen. Und ihr könnt euch diese Shopping-Vorteile, also ab 200 Euro Bestellwert, könnt ihr auch nutzen für diese sogenannten Gastgeberinnen-Stempelsets, die es immer im Katalog gibt, hinten auf den Seiten. Ihr Lieben, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das war jetzt ein ganz schön langes Video für mich, weil mein Tablet einfach so langsam war. Aber ich hoffe, ich konnte alles klären. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir, babsysbastelwerkstatt.gmail.com. Meine Stimme ist jetzt schon ganz weg. Ich muss jetzt was trinken. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern und beim Bestellen. Meldet euch einfach bei mir. Und macht's gut. Ich muss jetzt weiter rausgehen, sonst will ich ja gar nicht mehr im Bild. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, naja, nächstes Mal basteln wir auch wieder. Dann könnt ihr den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Drückt dabei einfach auf Abonnieren und dann auf die kleine Glocke. Und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und kreativiert was Neues. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020